Guten Tag und schön, dass Sie Zeit für uns haben. Was denken Sie, wie unsere Schule in ein paar Jahren außen wird? Wird es unsere Schule noch geben? Also ich bin davon überzeugt, dass es unsere Schule auf jeden Fall noch geben wird, weil wir auf einem guten Weg sind mit unserer Schule. Sie wird immer mehr wahrgenommen, auch in unserer ganzen Stadt, nicht nur bei uns im Viertel hier in Trier-West, sondern weit über die anderen Ortsbezirke von Trier hinaus. Und deswegen bin ich total überzeugt, dass es unsere Schule auf jeden Fall auch noch in vielen Jahren noch geben wird. Und ich hoffe sehr, dass unsere Schule sich auch noch verändert, dass es auf jeden Fall deutlich schönerer Schulhof hoffentlich geben wird, weil der Schulhof ist einfach nicht einladend, dass man viel mehr Spielmöglichkeiten auf dem Schulhof bekommt, viel mehr Grün noch mehr bekommt. Und das wäre so mein Wunsch für die Zukunft, wie unsere Schule aussehen könnte. Wie viele Schüler und Schülerinnen werden es in ein paar Jahren an unserer Schule sein? Wird in der Schule der Zukunft jedes Kind aufgenommen werden oder wird die Schule rassistisch sein? Also ich gehe davon aus, dass wir, weil wir eine offene Schule sind, auf keinen Fall unsere Schule rassistisch werden wird. Und ich gehe davon aus, dass wir auch in Zukunft eine Vielzahl von verschiedenen Kindern aufnehmen werden. Und ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Jahren alle Klassen dann dreizügig haben. Dass es also quasi immer eine A-, B- und C-Klasse geben wird in unserer Schule. Und damit hätten wir automatisch auch mehr Schüler als jetzt zurzeit. Deswegen gehe ich aber davon aus, dass wir aber auch nie vier Klassen haben werden in unserer Schule. Aber wenn wir eine Dreizügigkeit komplett durchgängig hätten, wäre ich schon sehr, sehr froh. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir irgendwann, wenn wir sind wir bei 320, 330 Schülern, dass wir ungefähr bei 350, 370 Schülern wahrscheinlich irgendwann rauskommen werden. Wie viele Räume wird unsere Schule haben? Wie lange noch wird es die Container als Klassenräume auf dem Schulhof geben? Wie wird das Gebäude der Schule in der Zukunft von außen aussehen? Wird es in der Schule der Zukunft neue Gebäude für uns geben? Also ich hoffe sehr, dass wir ein neues Schulgebäude, also noch einen Erweiterungsbau bekommen an unserer Schule. Dieses altehrwürdige Gebäude, wie es hier steht, in diesem alten Gebäude, da ist ja schon auch unter Denkmalschutz steht dieses Gebäude, weil es auch schon über 100 Jahre alt ist. Das kann ich mir vorstellen, dass es genau so bleibt. Aber es wäre wünschenswert, wenn auf dem oberen Schulhof, da wo im Moment jetzt die besondere 9 und die besondere 10 untergebracht ist, wenn es da einen kompletten Neubau gäbe für den oberen Bereich, sodass wir auch noch dann wieder viel mehr Kinder auch aufnehmen können, die Klassencontainer auf dem Schulhof dann auch weg wären idealerweise, um dann halt auch nochmal mehr Schulhoffläche zu haben. Und dann wäre es natürlich total wünschenswert an unserer Schule, wo so auch die Kultur im Vordergrund steht, wenn wir auch wirklich eine Aula bekämen, wo man halt auch Theateraufführungen machen könnte, wo man einfach auch würdig auch die Abschlussfeiern durchführen könnte und wo wir halt auch nicht nur wie bis jetzt üblich auf unserem Schulhof unsere Vollversammlungen abhalten könnten, sondern dass wir wirklich dann eine tolle Aula hätten, um einfach da nochmal als große Schulgemeinschaft auch immer sich wieder zu sehen und sich gut aufzuhalten. Um welche Uhrzeit wird die Schule der Zukunft beginnen und wann enden? Das ist ein schönes Thema, weil, wenn ich das so offen sagen darf, unser Schulleiter, der Herr Lang, eher so ein, lieber ein Langschläfer ist, der lieber erst mit der Schule, glaube ich, später beginnen würde. Aber ich bin zum Beispiel ein Freund des frühen Anfangs und deswegen kann von mir aus gerne auch die Schule der Zukunft auch gerne weiterhin um 8 Uhr anfangen. Aber ich glaube, das ist dann eine Sache, dann auch mit Schülern, Eltern und Lehrern gemeinsam darüber zu diskutieren. Vom Schulgesetz her dürften wir zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr in Rennan-Pfalz anfangen. Also das ist dann immer die Entscheidung der Schulgemeinschaft, wie viel Uhr man anfängt. Im Moment ist es, glaube ich, ganz gut, dass wenn wir um 8 Uhr anfangen, dass wir auch wirklich um 13 Uhr dann zur Mittagspause, zur Mittagszeit auch wirklich auch dann in die Mittagspause gehen können. Weil wenn wir erst um halb neun anfangen würden mit der Schule, dann wäre auch erst um halb zwei Mittagessen. Und das finde ich persönlich eigentlich ein bisschen zu spät. Deswegen wäre ich persönlich froh, wenn es auch mit 8 Uhr Schulbeginn auch so wäre, auch so bleiben könnte. Und dann, glaube ich, bis 16 Uhr die Ganztagsschule finde ich auch okay, weil auch dann noch die Kinder die Möglichkeit haben, auch noch nach der Schule wirklich auch noch in die Vereine zu gehen oder sich mit Freunden zu treffen. Umso später man da hinten rausgeht, hat man halt immer weniger Zeit, sich mit den Freunden zu treffen. Und das finde ich auch extrem wichtig, auch gerade für unsere Ganztagsschüler, dass sie auch noch dann nach dem Unterricht auch noch Zeit haben für Vereine und, und, oder Freunde. Werden in fünf Jahren noch viele Lehrer und Lehrerinnen hier arbeiten, die wir kennen? Davon gehe ich aus, weil in unserer Schule fühlen sich viele Lehrer, glaube ich, sehr wohl, weil wir eine verschworene Gemeinschaft sind, wo sich auch gegenseitig unterstützt wird. Und in letzter Zeit haben nur ganz, ganz wenige Lehrer unsere Schule verlassen, aus eigenem Antrieb sozusagen. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch in fünf Jahren noch sehr viele bekannte Gesichter an dieser Schule sind. Wie werden Schüler und Schülerinnen in der Schule der Zukunft lernen? Werden viele von uns Schüler und Schülerinnen begeistert sein vom Internet? Welchen Einfluss wird das Internet in der Schule der Zukunft auf den Unterricht haben? Wird es noch Lehrkräfte geben? Es wird auf jeden Fall noch Lehrkräfte geben. Aber was ich mir wünschen würde, was auch immer mehr auch spürbar ist, dass auch Schüler immer mehr in die Verantwortung kommen. Weil ich traue vielen Schülern zu, auch in Kleingruppen zu moderieren, in Kleingruppen auch Lerngruppen vielleicht zu betreuen, wo man halt, wo der Lehrer eher nochmal der Begleiter ist an so einem Schulvormittag, der für Fragen zur Verfügung steht, für den Rahmen zu bilden. Aber ich traue unseren Schülern auch jetzt heute schon zu, dass die Schüler viel, viel mehr in die Verantwortung gehen können und dadurch auch viel mehr selbstständig lernen können und halt sich selbst auch organisieren können innerhalb der Schule. Auch nach Schwerpunkten auch unterschieden, dann auch ihre eigenen Schwerpunkte zu setzen. Themen spezifisch auch Gruppen zu bilden, von mir aus auch gerne jahrgangsübergreifend und klassenübergreifend sich zusammen zu tun, um halt an verschiedenen Themenfeldern zu arbeiten. Und die Frau Dr. Heinz und ich werden auch nächste Woche nochmal zu einer Fortbildung aufbrechen in die Pfalz, wo es genau darum geht, halt auch Öffnung des Unterrichts, andere Formen des Unterrichts, um einfach den Schülern mehr in die Verantwortung zu nehmen und nicht immer nur der Lehrer vorne dann alles für die anderen macht, sondern dass die Schüler zusammen mit dem Lehrer den Unterricht gemeinsam machen. Wird es in der Schule der Zukunft eine Handystunde geben, in der alle Schüler und Schülerinnen mit ihren Handys spielen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, das braucht auch keiner. Ich glaube, die Kinder von heute, wenn ich auch meine Tochter, eigene Tochter sehe, die ist jetzt elf Jahre alt, wie viel Zeit die schon am Handy verbringen will in ihrer Freizeit, wenn jetzt auch noch in der Schule noch Handynutzung für eine ganze Stunde zum Spielen verwendet wird, ist das, glaube ich, der falsche Weg. Aber ich bin davon überzeugt, dass später auch, wenn immer mehr dann auch noch mal die neue Schule der Zukunft immer mehr Fuß gefasst hat in der Schule zur eigenen Verantwortung, zur eigenen Motivation, um selbst zu lernen, werden, glaube ich, die Kinder später auch gar nicht mehr am Handy spielen wollen, sondern wollen einfach selbstständig Sachen entwickeln, selbstständig lernen. Und ich glaube, ich gehe davon aus, dass die Kinder der Zukunft, also in unserer Schule, später dankbar sind über jede Stunde, wo sie kein Handy in der Hand haben. Wird es mehr oder weniger Regeln in der Schule der Zukunft geben? Werden die Schüler und Schülerinnen mehr mitbestimmen dürfen in der Zukunft? Ja, auch das ist ein wichtiger Ansatz. Wir hatten ja schon unsere Schulregeln gemeinsam mit den Schülern und den Eltern und den Lehrern gemeinsam verabschiedet. Aber ich glaube, wenn wir immer mehr zusammen verstehen, wie Schule funktioniert, nämlich mit einem freundlichen Miteinander, mit einem respektvollen Umgang miteinander, dann gibt es zwar Regeln der Schule, die es auch immer geben müsste, wie es auch ganz normale Gesetze gibt, auch in der normalen Gesellschaft. Aber ich glaube, die Diskussion über die Regeln wird einfach gar nicht mehr geben, weil wenn einfach viele an einem Vormittag wertschätzend, respektvoll miteinander umgehen, zwischen Schüler und Lehrern und die Schüler untereinander, dann brauchen wir nicht mehr großartig das Thema Regeln zu besprechen, weil einfach alle auf freundliche Art und Weise miteinander umgehen und dadurch schon automatisch, dann schon die Regeln automatisch anwenden, die man einfach braucht, um dass sich jeder wohlfühlt in der Schule. Weil die Regeln sind ja auch da, damit auch dann schwächere Kinder oder Kinder, die nicht ganz so eine Selbstbewusstheit haben, auch beschützt werden. Aber wenn halt der Umgang untereinander dann viel respektvoller ist, hoffentlich in Zukunft, dann wird man automatisch die Regeln einhalten. Vielen Dank für das Gespräch! Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.